Von Anfang an haben sich andere Menschen viele Gedanken über unsere Brüste gemacht. Man sagt uns, sie seien zu klein, groß, schlaff, schief, nicht existent, unkontrollierbar. Sie wurden hochgedrückt, festgeschnallt, eingesperrt, entfernt, verurteilt. Wer legt diese Maßstäbe fest? Dieselben Leute, die entscheiden, welche Farbe im Winter, Frühling, Sommer und Herbst angesagt ist. Es geht um den weiblichen Körper, nicht um ein Modestatement, einen Slangbegriff, eine Trophäe, eine Diagnose, eine Debatte oder eine Handelsware. Und es geht nicht darum, ein Model zu sein. Es geht darum, ein Vorbild zu sein. Es geht darum, selbstbewusst, kompromisslos und durchsetzungsfähig zu sein, sich selbst treu zu bleiben. Denn hinter allen Brüsten schlägt das Herz einer Frau, die genau weiß, wer sie ist. Was auch immer es ist, dass dir ein gutes Gefühl gibt, wir stehen auf dem ganzen Weg hinter dir. Denn Mentor steht hinter Bildung, hinter der Community, hinter Partnerschaft, hinter ChirurgInnen, hinter Frauen. Mentor – Behind all Breasts Das ist die nächste Frage, die wir sehen, wie 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 wir sehen